Ja, Sie haben schon erzählt, dass Sie hier etwas gelernt haben und wir wollen auch wissen, was sagen Sie einfach ein paar Wörter und kommentieren Sie wegen dieser Technik. Welche Techniken haben Sie in diesem Kurs gelernt und die nehmen Sie auch nach Hause mit? Können Sie ein paar Wörter sagen? Gut, ich habe mit Spachtel, mit den Fingern, mit allem, was soll ich jetzt sagen? Es war auf jeden Fall, was alles übertrifft, was ich bis jetzt gelernt habe, vom Malen her, vom Technik her. Ja, ich wollte schon lange, возможно, es zu kommentieren, sogar noch in der Arbeit. Und ich habe niemals überrascht, dass ich mit den Techniken, die Max Koppelnski uns gegeben hat. Es ist für mich ein ganzes Wörter, neue Techniken. Alles, was ich vorher hatte, ist aus dem anderen Wörter. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt in diesen Techniken kann, und alle diese Techniken kann ich in Hause und erzähle meinen Lehrern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.